Guten Abend. Es ist Dienstag, der 19. Juli 1870. Deutschland und Frankreich sind im Krieg. Herzlich willkommen zu unserer Sondersendung. Die französische Nationalversammlung hat heute die Kriegserklärung an das Königreich Preußen beschlossen und damit auch dem Norddeutschen Bund den Krieg erklärt. Auch die süddeutschen Staaten Bayern, Württemberg, Baden und Hessen-Darmstadt werden in den nächsten Tagen in den Kriegszustand mit dem französischen Kaiserreich eintreten. Die Frage ist, wie konnte es zu dieser Eskalation kommen? Wir brauchen nicht weit zurückzuschauen. Der Krieg zwischen Preußen und Österreich im Sommer 1866 ist erst vier Jahre her. Danach hat sich die politische Landkarte entscheidend gewandelt. Vorher waren 35 souveräne deutsche Staaten eher lose in einem Staatenbund zusammengeschlossen. Nach dem Krieg machte Preußen Druck. Es entstand der Norddeutsche Bund. Mit 22 Staaten ein mächtiger neuer Staat. Beobachter sehen ihn als Vorstufe eines Vereinigten Deutschen Reiches. Eine Provokation für das französische Kaiserreich. Noch in den 1850er Jahren war es unter Napoleon III. die führende Nation in Europa. Politisch, militärisch und wirtschaftlich. In den letzten zehn Jahren lief es aber immer schlechter für den Neffen des großen Kaisers Napoleon. Außenpolitisch verzeichnete er Fehlschläge. Militärische Abenteuer in Übersee endeten katastrophal. Und dazu kam eine anhaltende Wirtschaftskrise im Land. Der Stern des französischen Kaiserhauses sinkt seither. Im preußisch-österreichischen Krieg vor vier Jahren blieb Frankreich neutral. Dafür forderte Napoleon III. die Saaregionen und die Pfalz. Der preußische Ministerpräsident Graf Bismarck lehnte aber ab und machte die ganze Sache noch dazu öffentlich. Kurz darauf hat Napoleon versucht, das Großherzogtum Luxemburg zu kaufen, was Bismarck wiederum öffentlich kritisierte. In Frankreich wuchs der Zorn gegen die Preußen. Kein Wunder. Seitdem treten Politik und Presse zunehmend aggressiver auf. Immer öfter werden in unserem Nachbarland Forderungen laut, das französische Territorium bis an die Rheingrenze auszudehnen. Das macht die deutschen Staaten schon seit Jahren extrem nervös. Eine Banalität aus einer ganz anderen Ecke hat nun das Pulverfass zur Explosion gebracht. Anfang Juli, vor etwa zwei Wochen, haben die Spanier begonnen, einen Nachfolger für ihren Thron zu suchen. Ihre Wahl fiel auf den Fürsten Leopold von Hohenzollern Siegmaringen. Sie wissen, das ist eine Nebenlinie der Hohenzollern, des preußischen Königshauses. Der Fürst zögerte zunächst, aber der preußische Ministerpräsident Bismarck hat ihn letztlich überzeugt, das Angebot anzunehmen. In Frankreich brachte das den Zorn erst so richtig zum Kochen. Man fürchtete, militärisch eingekreist zu werden. Die Regierung hat scharf protestiert und mit Krieg gedroht. Daraufhin erklärte Fürst Leopold letzte Woche seinen Verzicht. Preußenkönig Wilhelm hat ihn darin bestärkt, aber die Franzosen wollten jetzt mehr. Der französische Botschafter überraschte den König bei seiner Kur in Bad Ems und forderte, er solle erklären, dass die Hohenzollern niemals wieder die spanische Krone anstreben würden. König Wilhelm lehnte höflich aber bestimmt ab. Gleich am nächsten Tag schickte er Ministerpräsident Bismarck ein Telegramm. Bismarck aber veröffentlichte eine verkürzte Version dieses Telegramms. Sie machte letzte Woche Schlagzeilen als Emser Depesche. Auch wir haben berichtet. In der Version des Ministerpräsidenten klang die Ablehnung des Königs jedenfalls schärfer als das Original. Versehen oder Absicht? Die Reaktion darauf war jedenfalls eindeutig. Sechs Tage nach der Emser Depesche. Heute also die Kriegserklärung. Eigentlich hatte Frankreich Preußen ja diplomatisch demütigen wollen. Nun fühlt es sich selbst gedemütigt. Auf den Straßen in Paris hatte man ja schon seit Tagen nach Krieg gerufen. Die Nationalversammlung hat Kriegskredite beschlossen. Wir befinden uns also im Krieg. In den Straßen von Paris, aber auch in Berlin wird begeistert gefeiert. Wie wird es weitergehen? Ganz Europa erwartet einen schnellen Sieg Frankreichs. Immerhin die größte Militärmacht des Kontinents. Aber auch die Preußen bauen derzeit ihre Großmachtstellung in Europa aus. Nur eines können wir jetzt schon mit Sicherheit sagen. Viele von denen, die sich zur Stunde aufmachen, zur deutsch-französischen Grenze, ganz gleich von welcher Seite, sehr viele werden nicht mehr in ihrer Heimat zurückkehren. Guten Abend.